Und hallo. Hi. So, du musst die Infinity-Decker-Sau. Lass mich das machen. Du stresst mich, weißt du das? Ich weiß, mich stresst das auch. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles gut, alles gut. Nein! Lass mich runter! Okay, schnell, 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 schnell. Okay, alles klar. Gut, 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 gut. Lass mich nach vorne, ich hab Bomben. Das geht nicht, das ist mir scheiße. Egal. Oh, das ist der ***. Nein! Oh, ein neuer Ritter. Gut, dass wir dich nicht bekämpfen. Oder willst du? Warte, warte, warte. Mach ruhig fertig. Vielleicht hat er viel Gold oder so. Ja, das, was wir die ganze Zeit verloren haben im Spiel. Weißt du, als wir das Level angefangen hatten, irgendwie 10.000 oder so. Ich dachte eigentlich, dafür dauernd zu machen. Ah, es war schon nicht ohne. Sorry, sorry, sorry. Du bist vorne. Du bist jetzt vorne. Huh, das ging aber schnell. Ja, ich wollte gerade sagen. Es gibt ja verschiedene Checkpoints mit weniger und mehr Risiko. Der letzte war ja mit wenig Risiko. Und der jetzt auch, also. Ach so, die unten sind mir rausgekommen. Äh, das musst du machen. Ja. Ah, Seppe, da ist wieder Risiko, ja. Brauchst du dich hier? Ähm, ich glaube ich. Du machst das? Okay, warte, warte, warte. Ja. Nee, nee. Ich muss ja unten nichts durch, weißt du. Ja, ach stimmt. Ah, okay, das noch einen Gang. Okay. Warte, 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 warte. Hast du den jetzt verloren? Ja, hast du? Ich merke es an einem Schniefen. An einem Schnaum. Dieses Spiel. Also, ein ganz lustiges Spiel. Ist das irgendwas? Ach Gott. Weißt du, ich wünsch dir mir, ich könnte auch die Bomben verwenden, nur um zu sehen, wie es dich ärgern würde. Kannst du das unten links kaputt schlagen, probier mal. Ja, hab ich eben schon pro... Achso, Moment, jetzt geht's aber... Ach, geht. Ja, aber Thor hast du den Gegner bekommen, ey. Story of my life. Shovel Knight. Shovel F***. Nein. War da nix? Wow, F***. Seit wann gibt's denn sowas? Alles, was sich mit diesem Pattern bewegt, sind die Medusa-Köpfe. Es geht wieder los. Alles gut, alles gut. Ich bin grad nicht in der Stimmung. Verwitze! Über Castle F***vania. Oh Gott, oh Gott. Ich merke grad, wo ich hin muss. Okay, alles cool. Alles cool. Alles cool. Warum machst du das? Du hast mich abgewehrt. Ist mir doch egal. Hello! Heißt du, hast du nicht besseren Ort dafür oder besser Zeitpunkt dafür finden können? Iiiiihihi. Nein, 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 nein. Lass mich auch. 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 Ah! F***! Und der war erst z' Ende! Ah, Gott! Awww, f***ing Doodle-S***! Awww, man! Checkpoint, yes! Aber? Aber? Chicken! Sehr gut! Achso. Ist er jetzt beim Boss? Ich glaube schon. Okay, Sepp. Da ist Tinker Night! Ah! Du hast den ganzen Lärm gemacht! Ich kann nicht klar denken, ich habe so viel zu tun! Lass mich einfach vorbei, mein kleiner Freund! Oh, große Worte, Blechmann! Ich werde dir mal ein, zwei Sachen zeigen! Okay, Sepp, bist du bereit? Ja. Hello! What the f***? Der ist echt hart. Oh, ich hab keinen Mana mehr. F***er! What the hell? Ja, das war's bestimmt noch nicht. Oh mein Gott! What the hell? Wo müssen wir ihn treffen? Na ja, wir müssen am Kopf treffen. Wir kommen hier hoch und dann kommen wir auf das Ding und dann... Hä, ich bin doch gesprungen! Wow! Okay, alles klar. Ich bin doch... Das ist echt gut, dass wir uns gegenseitig hochbauenzen können. Warte mal, warte! Hast du einen Trank? Ja. Ist okay, ich hab ja den Trank verwendet. Kommst du wieder? Ich würd gern wiederkommen. Ich würd gern... Ah, hello! Ist egal, ich krieg ihn ja schon tot. Oh yeah! Wow! Wow! Also war echt nicht so schwer. Aber ich hab jetzt echt mehr Angst gehabt... Doppelsprung?! Du f***er hast einen Doppelsprung freigeschaltet?! Uh! Als... Ähm... Wahrscheinlich als Hochsprung-Attacke-Dingster als extra. Also wenn du Doppelsprung bist... Das nehme ich gern. Ah, okay. Oh, Gott! Why? Okay, ähm... Ja. Ne. So, ne. Doch, doch willst du? Ja, ja, lass mal speichern. Okay, ja. Sicher, sicher. Ja, danke. Oh my god! Ach so. So. Ähm... Da unten die Eishülle. Für extra. Gold. Was auch immer. Ich glaube, ich gebe erstmal ein bisschen Geld aus, bevor wir irgendwo hingehen um Geld zu verdienen. Am Ende landen wir auch wieder mit 10.000 weniger. Du das. Kommst du mir bitte hinterher? Was? 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 Da... Das ist krass, dass du alles bereichertest und was du alles kriegst. An Outputs und so. Ach so, ich will jetzt mal hier... Ne, ich kann... Keinfach versprungen. Machen. Nein. Sorry. Aber... Ach so, man kann Mana auch so upgraden mit... einfach mit Geld. Wahrscheinlich ist das eine meiner neuen Spezialfähigkeiten. Das probiere ich gleich mit Select mal aus. Ja, ist Spezialfähigkeit. Doppelsprung meinst du das? Ja. Ja, ja. Das meinte ich glaube ich. Glaub ich nicht. Okay. Ähm... Ja. Mach Select. Bei Spezial ist es wahrscheinlich. Ne, ne. Bei Spezial, nicht bei Aufladenangriff. Du bist jetzt beim Outladenangriff. Bei dem Explosion, was hatte ich... Bei dem Explosion, was hatte ich... Du hättest vorher Bundelbomber. Also die Angst hast du, dass sie so in Gefahr ungeschaltet zu gestoßen. Genau. Schaufel spielt Plus, was? Äh... Ach so. Na, dann hast du die ganz Spezialfähigkeit, die ich freischalten könnte. Äh, geh auf dein Design nochmal. Ist ne Geste freigeschaltet. Nervt wird ne Lache. Du bist jetzt beim Outladenangriff. Okay. Dann los. Und nur ein Spezialeffekt. Es wird Flammen im Hintergrund, also wenn du läufst. Ja. Woah. Tschüss Bumblebee. Und speichern. Ich werde aber bestimmt gleich die Bomben wieder annehmen. Okay, bist du bereit? Halt da unten. Einfach jetzt hier. Einfach während du stehst. Woah, es sieht schon cool aus. Einfach während du stehst. Einfach während du stehst. Ah, okay. Okay. Willst du die Bomben wieder machen, oder? Ich weiß nicht. Ach, du musst doch mal zum Abfisch. Der Doppelsprung ist schon ziemlich geil. Ich muss doch mal zum Abfisch. Der will mir sein Sekret geben. Uuuuh. 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 So. Wie heißt unser dritter Freund hier? Erstmal brauchst du die Geflucht. Brauchst du die Geflucht? Das klingt nicht gut. Findest du? Ja. Das klingt, als ob man flüchten müsste. Und in diesem Spiel ist das nicht gut. Uuuuh. Was ist das hier jetzt schon wieder? Was tust du? Ich glaube, das ist eine Stage für die Fähigkeit, die man bei Propeller-Dings bekommt. Also ich bin hier unnütze. Also hier könntest du richtig mit Dings arbeiten. Mit Infinity Dagger. Ja. Okay, dann kannst du die Stage machen. Ich müsste irgendwie... Kommst du wieder rüber? Wir müssen das zusammen machen irgendwie, aber... Propeller-Night! Das geht tief? Das ist okay. Ich geh vor. Boah. Doppelsprung. Wow. Ja, der Doppelsprung ist schon ziemlich gut. Das macht das... Nein! Was machst du? Was hast du getan? Äh. F***. Hab ich getan. Das ist eine andere Musik. Echt? Ich teine mich an, Super Mario World. Echt? Mit den Hintergrund. Ja. Oh! Musiker nutzt mich aber vor allem Megaman gerade, den findet der ganz echt gefährlich. Was du dann machst du auch? Du hast einen Doppeljumper eigentlich. Ah ok dann lass mich das machen. So auf mich abwunzen. Yes, ok warte. Sehr gut. So langsam komme ich besser zurecht, aber der Doppelsprung ist gut, das ist eine gute Sache gewesen. Was geht mit dem ab? Hat er ein Problem mit uns? Ok. Bei dem Level kann man nicht so überall sterben, das ist ganz ok. Wir sind bis jetzt echt gut. Sei ruhig. Sag es nicht zu laut. Ich hab immer noch volle Energie. Bounce, 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 bounce. Egal. Ja. Ja. Ach was. Das ist doch nicht dein Ernst oder? Achso ok jetzt weiß ich was gemeintes. Also du musst drauf springen wenn es ja genau. Ok. Wie bei wo die Stacheln sind kann es eigentlich nicht gut gehen bei dem Spiel. Infine. Ha. Ha. Ok. Ha. Ha. Ja langsam hab ich's, langsam hab ich's raus. Mit ****. Minibus! Ok, jetzt wird Zeit für den... Feuer...quatsch. Was macht der da? Ach, der Feuerstab ist gar nicht so beschließend als der zweite. Boah, macht das Schaden, Sepp. Das ist übel, ne, das Ding? Das ist echt irre. Levant. Ha! War das Levant? Ich hab irre und dann Levant gesagt. Oh. Doch, 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 doch. Wir kommen tatsächlich mal mit mehr Gold aus einem Level raus, als wir reingegangen sind. Wow! What a rarity! Oh, was verwenden wir hier wohl? Oh, ok. Ne, unten rechts! Was, was, ok, warte, warte. Offensichtlich doch! Stimmt, das Rest. Sehr gut. Du könntest ja theoretisch auch, aber... Ist egal, das ist, muss eh in der Reihenfolge... Stimmt! Hat er dann ein... Eigentlich ist das dafür gedacht, dass jetzt hier, glaub ich, ein Teil kommt. Ja. Genau, das ist jetzt... Der normale Däcker? Ja. Ja. Ich so, man kann den mehrmals anwenden, wie ich gesagt hab. Ja, aber du fällst ein Stück nach unten. Wir sind die Steppen vom Dorf, ey. Ja, warte. No problem. Hä? Sparten. Ich will's probieren. Warte, einmal noch einmal. Warte, warte, warte. Ja. Warte, warte, warte. Sepp. Warte, ich will's wiederholen. Ich hab *** Angel ausgerüstet. Was zum Geil, wieso bin ich zurückgeflogen? Weil der Typ diese Dings-Attacke da macht. Wind. Oh, das ist dammlich. Zappel, 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 zappel. Was denn, was? Was ist los? Neue Folge. Okay. Tschüss. Tschüss.